Wer jetzt nach Faune sieht, hat einen besonders guten Blick auf die neue Kuppel des Reichstagsgebäudes. Links kommen wir allerdings zuerst an den Neubau, den Presse- und Informationsamt der Bundesregierung vorbei. Die Anlaufstelle für alle, die ausführliche Informationen hinter die Bundesregierung und ihre Tätigkeit suchen. Am rechten Sprengenfeld zwischen Weidendamer Brücke und der Rheinland-Straße liegt der Schiffbauer dann nicht mehr, denn auf der Welt es schon nach holendischem Schiffbauern benannt wurde. Diese kamen zu Zeiten des großen Kuhflursten nach Berlin und die wir hier arbeiten hatten. Die Schifffahrt spielte auf dem Wasserwegen der Stadt Juna eine große Rolle. Mit Beginn der Industriellen Revolution wurde zusätzlich ein Kanalsystem geschaffen, welches neben der Sprengen wirtschaftlich genutzt wurde. Heute sind es allerdings hauptsächlich Touristen, aber auch die Berliner selbst, die die Wasserwege jetzt zu ihrem Verwunden nutzen. Linke Hand, auf der Höhe der Marschallbrücke sehen Sie ein rotes Eckgebäude, das ARW-Hauptstadtstudio. Von hier aus wird auch der Bericht aus Berlin gesendet. Auf der anderen Seite des Sprengen, noch vor der Böcke, ist der Berliner Sitz der Nachrichtenagentur Reuters. Untertitelung des Sprengen Wir kommen neben des Parallels von Beginnungsfolge. Die neuen Schallgebäude wurden an der Abgeordneten des Bundestagsgeordneten, Jakob Kaiser, Marie Elisabeth Lüders und Paul Möbe. Links steht zunächst das Jakob-Kaiser-Haus, ein Bürogebäude für die Bundestagsabgeordneten, die Fraktionen und die Bundestagsverwaltung. Auf einer Glaswand zur Sprengen kann man die 19 Artikel des Grundgesetzes lesen, beginnend mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielleicht daneben ist das historische Gebäude des früheren Reichspräsidentenpalais, heute Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Der Neubau rechts zum Wasser gewandter Freitritte ist nach dem früheren Reichstagsabgeordneten Marie Elisabeth Lüders benannt. Die erste Frau, die an einer deutschen Universität den Doktortitel erwarb. Das Gebäude ist Sitz der Parlamentsbibliothek, weltweit die drittgrößte, nach denen in Washington und Tokio. Die bronze Skulptur, den Herrn Absatz, ist ein Dach von Mario Marini, der für seine sich aufbäumenden Pferde und stürzenden Reiter bekannt ist. Zentrum des Regierungsviertels ist das Neubau. Heute Sitz des Bundestages. Die neue, bunte, gläserne Kuppe ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Norman Foster. Die Kuppe ist nicht nur das hervorstechende architektonische Merkmal, Sie dient auch der belichtenden Umlüftung des darunter gelegenen Plenarsaals. Die Terrasse des Parlamentssitzes und die Kuppel sind normalerweise endlich bis 24 Uhr für Besucher geöffnet. Links der dritte Neubau, das Paul-Döber-Haus, ist Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. Zwei Fußgängerbrücken vergehen das Gebäude mit der Parlamentsidiotik. Die untere ist öffentlich zugänglich. Die obere den Abgeordneten und Bediensteten des Bundestages vorbehalten. Die Berliner nun die Brücke, deshalb auch die höhere Beamtenlaufbahn. Das blaue Gebäude links beherbert die Kinderkabesschritte des Deutschen Bundestages. In dem überliegenden Gebäude befindet sich die Bundespressekonferenz, der Ort, an dem deutsche Politiker von Journalisten so richtig um die Mangel genommen werden können. Die neue Kronprinzenbrücke vor uns ist eine moderne, licht- und leichtwirkende Konstruktion des Spaniers Santiago Calatada, der gerne Tier- und Pflanzenformen in die Architektur überträgt. Auf der rechten Seite passieren wir nun das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der Hauptsitz des Ministeriums beginnt sich in Form. Bespring wurde das 4.1955 von einem Bundeskanzler Konrad Adenauer als Bundesministerium für Erfurtfragen gegründet. Mittlerweile sind die Aufgaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung weitaus vielfältiger. Der Ministerium ist neu.